Herzlich Willkommen auf dem virtuellen Messestand der Firma Boschert. Mein Name ist David Grass und ich werde Ihnen die Vorteile und Unterschiede unserer manuellen Klapplagern, den C-Lagern und den VT-Lagern aufzeigen. Wir beginnen mit den Klassiklagern, dem sogenannten C-Lagern. Das ist unsere ursprüngliche Variante. Bei dem C-Lager wird der Vierkant direkt in die Welle gefräst. Der Vorteil ist, es ist kostengünstig und geeignet für einfache Anwendungen. Bei den C-Lagern muss das Handrad plus die Welle getauscht werden. Dies bedeutet für Sie einen höheren Zeitaufwand. Bei Sonderwellenenden haben wir auf die C-Lager eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Weiter geht es mit unserem VT-Lagern. Das VT-Lager ist eine Weiterentwicklung von unserem Klassik-Lager. VT heißt Verschleißteil. Das Verschleißteil kann mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden und ohne Probleme auch auf einen anderen Aufnahmetyp umgebaut werden. Ein weiterer Vorteil sind die niedrigen Lagerhaltungskosten durch unsere Verschleißteile. Verschleißteile haben wir in Standardabmessung für Sie auf Lager. Anhand dieses Lagers zeige ich Ihnen, wie schnell Sie diesen Einsatz wechseln können. Ein Schraubenset ist bei jedem Verschleißteil inklusive. Und so schnell ist ein Einsatz gewechselt. Bei unseren VT-Lagern haben Sie eine höhere Genauigkeit. Außerdem kann der Härtegrad an Ihre Anwendung angepasst werden. Und zur Sicherheit können Sie auch noch eine Handradverriegelung mitbestellen. Unser Tipp für Sie, wir empfehlen Sonderwellenende in VT-Ausführung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen können Sie uns gern kontaktieren. Und wir hoffen, Sie bald live auf einer Messe wiederzusehen. Ihr David Grass